Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-taybin al-tahirin Wir machen weiter aus dem Buch die Augenweide mit dem Kapitel das Fasten. Ab der Frage 206. Sie lautet, wer ist verpflichtet im Monat Ramadan zu fasten? Jeder verantwortliche Muslim, der das Fasten ertragen kann, ist verpflichtet im Monat Ramadan zu fasten. Das Fasten der Menstruierenden und Böchnerinnen hat keine Gültigkeit, jedoch sind sie verpflichtet, es nachzuholen. Frage 207. Nenne Gründe, weswegen das Unterlassen des Fastens erlaubt wird. Antwort. Kranke, Schwangere und Stillende, denen das Fasten eine nicht auszuhaltende Beschwerlichkeit bereitet, haben die Erlaubnis, das Fasten zu unterlassen. Jedoch sind sie zum Nachholen verpflichtet. Die Erlaubnis, das Fasten zu unterlassen, haben auch Schwangere und Stillende, wenn sie um das Kind fürchten sollten. Jedoch sind sie verpflichtet, es nachzuholen und zusätzlich die Fidje zu entrichten. Derjenige, der sich auf einer Kasselreise befindet, darf ebenfalls das Fasten unterlassen, auch wenn es nicht beschwerlich sein sollte. Eine Kasselreise ist eine weite Reise. Das Unterlassen des Fastens ist auch für denjenigen erlaubt, der aufgrund des hohen Alters oder einer chronischen Krankheit das Fasten nicht ertragen kann. 208. Ist das Bestimmen und nächtliche Fasten der Absicht für das Fasten ist für jeden einzelnen Tag von Ramadan Pflicht, indem man zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung die Absicht fasst, den folgenden Tag von Ramadan zu fasten. Die Frage 209. Wovon muss der Fastende sich enthalten? Antwort. Der Fastende muss sich von folgendem enthalten. Geschlechtsverkehr, Masturbation, absichtliches Erbrechen, Abtrünnigkeit und Einführen von allem, was ein Volumen besitzt, in das Innere des Körpers, außer dem eigenen, unvermischten, reinen Speichel, der nicht außerhalb des Mundes gelangt war. Frage 210. Macht das Erbrechen das Fasten ungültig? Antwort. Das ungewollte Erbrechen macht das Fasten nicht ungültig. Es sei denn, man schluckt willentlich etwas vom Erbrochenen oder dem verunreinigten Speichel herunter. Wenn man willentlich von diesem etwas herunterschluckt oder von diesem Speichel, was sich mit diesem Erbrochenen gemischt hat, in diesem Fall wird sein Fasten ungültig. Aber sollte er ungewollt erbrochen haben und nichts davon willentlich heruntergeschluckt haben und wenn er danach seinen Mund ausspült, sodass er wieder seinen reinen, unvermischten Speichel im Mund hat, in diesem Fall wird sein Fasten nicht ungültig. Das absichtliche Erbrechen hingegen wird durch das Einführen des Fingers in den Hals, wie also zum Beispiel durch das Einführen des Fingers in den Hals, dies führt zur Ungültigkeit des Fastens, weil es absichtlich war. Deswegen führt es zur Ungültigkeit des Fastens. Frage 211. Führen Wahnzustand und Ohnmacht tagsüber zur Ungültigkeit des Fastens? Antwort. Der Wahnzustand, d.h. wenn jemand seinen Verstand verliert, auch wenn nur einen Moment lang, führt zur Ungültigkeit des Fastens. Die Ohnmacht hingegen macht das Fasten erst ungültig, wenn sie den ganzen Tag andauert. Das Schlafen hat keine Auswirkung auf die Gültigkeit des Fastens, auch wenn es den gesamten Tag andauern würde. Frage 212. An welchen Tagen hat das Fasten keine Gültigkeit? Antwort. Das Fasten ist am Fastenbrechen fest, dem Opferfest und den drei Tagen, die dem Opferfest folgen, nicht gültig und nicht erlaubt. Dasselbe gilt für die zweite Hälfte des Monats Sha'ban und dem Tag des Zweifelns. Es sei denn, man verbindet das Fasten in der zweiten Hälfte des Monats mit der ersten Hälfte. In diesem Fall ist das erlaubt. Oder man fastet aus dem Grund des Nachholens oder aus dem Grund des Gelübdes oder der Kefara oder des gewohnten Fastens. Wie zum Beispiel der Gewohnheit, montags und Donnerstags zu fasten. In diesem Fall darf er auch in der zweiten Hälfte von dem Monat Sha'ban fasten. Frage 213. Die Antwort. Wer tagsüber im Monat Ramadan sein Fasten absichtlich und freiwillig durch Geschlechtsverkehr abbricht, obwohl er wissend über das Verbot ist, begeht eine Sünde, ist zum sofortigen Nachholen verpflichtet und muss die Kefara ausführen. Die Zihar Kefara bedeutet, einen gläubigen, unversehrten Sklaven in Freiheit zu setzen. Ist er dazu nicht in der Lage, so fasstet er zwei Mondmonate aufeinanderfolgend. Sollte er dazu auch nicht in der Lage sein, dann gibt der 60 Bedürftigen jeweils einen Mut vom überwiegenden Grundnahrungsmittel des Landes. Es kann sein, dass jemand, der erst vor kurzem Muslim geworden ist, nicht weiß, dass Geschlechtsverkehr während des Fastens im Ramadan, tagsüber also, verboten ist und deswegen dies begeht. In diesem Fall wird das Fasten dieser Person nicht ungültig, sondern er wird aufgeklärt. Man klärt ihn auf. Und dasselbe gilt auch, dasselbe Urteil ist auch über einen Mann, über einen Muslim, der fern von denjenigen aufgewachsen ist, die über das entsprechende Wissen verfügen. Das heißt, wenn dieser tagsüber im Ramadan Geschlechtsverkehr hat, während des Fastens, weil er nicht weiß, dass dies verboten ist, dann wird sein Fasten ebenfalls nicht ungültig. Auch diesen klären wir auf. Kapitel Die Pilgerfahrt Was ist die Definition von Pilgerfahrt auf Arabisch? Gib eine Ära und einen Hadith an, die beweisen, dass die Pilgerfahrt eine Pflicht ist, wenn man dazu in der Lage ist. Antwort Die Pilgerfahrt Die Pilgerfahrt bedeutet das Aufsuchen der Ka'bah in Mekka mit bekannten Handlungen. Ein Beweis für diese Pflicht ist die Ayah 97 aus der Surah Al-Imran. Sie lautet Die Ära bedeutet Allah hat die Pilgerfahrt zur Ka'bah denjenigen als Pflicht auferlegt, die dazu in der Lage sind. Ein weiterer Beweis ist der Hadith, in dem der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, auf die Frage nach dem Islam unter anderem antwortete Das bedeutet Und dass du die Pilgerfahrt verrichtest. Überliefert von Imam Muslim wird dieser Hadith. Frage 215 Wer ist zur Durchführung der Pilgerfahrt und Umrah verpflichtet? Antwort Jeder freie, verantwortliche Muslim, der finanziell in der Lage ist, nach Mekka zu reisen und in sein Heimatland zurückzukehren, ist verpflichtet, einmal im Leben die Pilgerfahrt und Umrah durchzuführen, wenn sein Vermögen über seine Schulden hinausgeht, sowie die Kosten deckt, die ab seiner Abreise bis zu seiner Rückkehr für seine angemessene Unterkunft und angemessene Kleidung und den Unterhalt derer, für die er unterhaltspflichtig ist, entstehen. Frage 216 Nenne die Hauptbestandteile der Pilgerfahrt Die Antwort Die Hauptbestandteile der Pilgerfahrt sind 1. Al-Ihram Das heißt, die Absicht, indem man im Herzen zum Beispiel sagt, ich beabsichtige die Pilgerfahrt und beginne mit ihrer Durchführung. 2. Der Aufenthalt auf Arafah 3. Die Umkreisung der Kaaba 4. Das Laufen zwischen den eingeebneten Bergen As-Sofa und Al-Marwah 5. Der fünfte Hauptbestandteil der Pilgerfahrt ist das Abrasieren oder Kürzen der Kopfhaare 6. Das Einhalten der Reihenfolge in der Mehrzahl der Hauptbestandteile Frage 217 Wann ist die Zeit des Aufenthalts auf Arafah? Der ein Hauptbestandteil der Pilgerfahrt ist Wann ist die Zeit dafür? Antwort Die Zeit für den Aufenthalt auf Arafah beginnt, wenn sich am 9. Tag des Monats Das ist der 12. Monat nach dem Mondkalender, so heißt er Wenn sich am 9. Tag des Monats die Sonne vom Zenit neigt und endet, wenn die Morgendämmerung des Festtages aufkommt. Frage 218 Wird die Reinheit für die Umkreisung der Kaaba vorausgesetzt? Und wie erfolgt die Umkreisung? Antwort Die Reinheit ist eine Voraussetzung der Umkreisung. Die Kaaba wird siebenmal, beginnend am schwarzen Stein, links herum umkreist. Das heißt, währenddessen liegt die Kaaba zu seiner linken Seite, während er sie umkreist. Es wird vorausgesetzt, dass die Pflichtumkreisung als Hauptbestandteil der Pilgerfahrt, dass sie erst nach dem Aufenthalt auf Arafah und dem Verstreichen der ersten Nachthilfe der Festnacht, der Festtagsnacht erfolgt. Da hat er auch darauf zu achten, dass sie erst in dieser Zeit erfolgt. Also nach Arafah und nach dem Verstreichen der ersten Nachthilfe der Festtagsnacht. Dann, Inshallah, tritt die Zeit dafür ein, die Umkreisung der Kaaba zu vollziehen als Hauptbestandteil der Pilgerfahrt. Um diesen Hauptbestandteil zu erfüllen, muss er auf diese Punkte achten, die erwähnt wurden. Frage 219 Wie erfolgt das Laufen zwischen As-Sofa und Al-Marwah? Die Antwort Es wird vorausgesetzt, dass es nach der Umkreisung erfolgt. Das Laufen zwischen As-Sofa und Al-Marwah. As-Sofa und Al-Marwah sind diese beiden eingeebneten Hügel. Mittlerweile eingeebnet. Es wird vorausgesetzt, dass es nach der Umkreisung erfolgt. Hierbei läuft man sieben Bahnen, beginnend am Hügel As-Sofa und endend am Hügel Al-Marwah. Die Reinheit ist hier keine Voraussetzung. Also nicht wie bei der Umkreisung der Kaaba. Beim Laufen zwischen As-Sofa und Al-Marwah wird die Reinheit nicht vorausgesetzt. Aber das ist besser, ist klar, wenn man in diesem Zustand ist. Frage 220 Was ist das Mindeste, womit das Abrasieren bzw. Kürzen der Kopfhaare als erbracht gilt? Antwort Dieser Hauptbestandteil gilt als erbracht, wenn mindestens drei Kopfhaare Mittelzupfen zum Beispiel, Mittelzupfen oder Rasieren oder Schneiden oder Ähnlichen beseitigt oder gekürzt werden. So wird dieser Hauptbestandteil erbracht. Frage 221 Welche sind die Hauptbestandteile der Umrah? Antwort Die Hauptbestandteile der Pilgerfahrt sind mit Ausnahme des Aufenthalts auf Arafah auch die Hauptbestandteile der Umrah. Der Aufenthalt auf Arafah darf nicht zu den Bestandteilen der Umrah gezählt werden. Der Aufenthalt auf Arafah zählt zu den Hauptbestandteilen der Pilgerfahrt, nicht der Umrah. Frage 222 Was ist während des Ihram-Zustands verboten? Antwort Während des Ihram-Zustands, also jemand hat die Absicht gemacht, die Pilgerfahrt durchzuführen, mit den Handlungen zu beginnen. Jetzt ist er im Ihram, sagen wir. Jetzt gibt es Dinge, die er nicht tun darf, die verboten sind, bis er, wie gesagt, sie abgeschlossen hat, die Pilgerfahrt. In diesem Zustand des Ihram gibt es Dinge, die sind verboten. Was ist das, was verboten ist? Antwort Während des Ihram-Zustands ist das Auftragen von Duftstoff verboten, wie auch das Einreiben des Kopfes und Kinnbartes mit Öl, flüssigem Fett oder flüssigem Bienenwachs. Also nicht den Bart damit einfetten, nicht einreiben damit und auch keinen Duftstoff auftragen, nachdem man den Ihram die Absicht gemacht hat und auch das Entfernen von Fingernagel und Zehennagel oder Haar in diesem Zustand ist nicht erlaubt. Das Entfernen der Kopfhaare, das hat eine bestimmte Zeit. Wenn die Zeit dafür eingetreten ist, ja, dann macht er das, um diesen Hauptbestandteil zu erfüllen. Aber vorher? Vorher nicht. Vorher muss er darauf achten, dass er nicht Haare entfernt vom Körper, weder Kopfhaare noch Körperhaare, auch keine Zehennägel, auch die Nägel nicht schneiden, aufpassen. Auch ist verboten, der Geschlechtsverkehr und sein Vorspiel auch nicht erlaubt, während des Ihram-Zustands. Das Abschließen eines Ehevertrages ist auch nicht erlaubt, während des Ihram-Zustands. Und das Jagen essbarer wilder Tiere ist auch während des Ihram-Zustands nicht erlaubt. Zudem ist dem Mann verboten, für den Mann speziell, seinen Kopf zu bedecken und etwas zu tragen, was den Körper aufgrund der Naht oder der Verfilzung oder Ähnlichem umschließt. So etwas darf der Mann während des Ihram-Zustands nicht tragen. Dieses ist speziell für den Mann. Bei der Frau gibt es auch ein spezielles Gesetz, was für sie verboten ist, während des Ihram-Zustands, und zwar das Gesicht zu bedecken. Das Haram darf sie nicht. Und auch Handschuhe darf sie nicht tragen, während des Ihram-Zustands. Frage 223 Was ist demjenigen auferlegt, der eines dieser Verbote begeht? Antwort Das Begehen eines dieser Verbote ist Sünde und zieht nach sich die Ausführung der Phidia. Also jemand, der etwas von diesen Verboten ausführt, hat eine Sünde begangen. Und dies zieht, außer beim Abschluss eines Ehevertrages, außer da, zieht das andere die Ausführung der Phidia nach sich. Der Geschlechtsverkehr vor dem ersten Tachalul führt zusätzlich zur Ungültigkeit und verpflichtet, die ungültig gewordene Pilgerfahrt fortzusetzen. Er muss es weitermachen, aber es ist ungültig geworden. Trotzdem fortsetzen. Fortsetzen und dann diese schnellstmöglich nachzuholen. Schnellstmöglich. Das ist, wenn er den Geschlechtsverkehr hatte vor dem ersten Tachalul. Der erste Tachalul ist ein Zustand, inshallah. Er bedeutet, der erste Tachalul ist ein Zustand, den man erreicht, wenn man bestimmte Handlungen der Pilgerfahrt ausgeführt hat. Jedoch die Pilgerfahrt noch nicht vollständig abgeschlossen hat. Also auch wenn er die Pilgerfahrt noch nicht vollständig abgeschlossen hat, aber bestimmtes davon schon ausgeführt hat, dann tritt der erste Tachalul ein. Dann tritt der erste Tachalul ein. Und vor diesem ersten Tachalul, bevor er eintritt, wird einer da Geschlechtsverkehr hat. Was passiert? Seine Pilgerfahrt wird ungültig. Und wie soeben erwähnt, er muss diese fortsetzen, diese ungültig gewordene Pilgerfahrt fortsetzen und dann schnellstmöglich muss er sie nachholen. Die Frage 224 Nenne die Pflichten der Pilgerfahrt. Hier sind die Vajibert gemeint. Vajibert also auch Dinge, die ausgeführt werden müssen. Sie sind hier nicht, hiermit sind nicht die Hauptbestandteile gemeint, die Akkaren der Pilgerfahrt, die ich vorher erwähnt habe, die sechs Hauptbestandteile der Pilgerfahrt, sondern hier sind Vajibert gemeint, die auch ausgeführt werden müssen, aber nicht wie die Hauptbestandteile sind. Antwort Nenne die Pflichten, also die Vajibert der Pilgerfahrt. Antwort Die Pflichten, das heißt die Vajibert der Pilgerfahrt sind die Ausführung des Ihram an der dafür festgelegten Stelle. Also diese Absicht, die er für die Pilgerfahrt macht, um damit zu beginnen, das macht er an der dafür festgelegten Stelle. Also bevor er diese festgelegte Stelle überschreitet, muss er diese Absicht gemacht haben. Spätestens. Weiterhin als eine Pflicht, als ein Vajibert bei der Pilgerfahrt zählt auch die Übernachtung in Musdelifa und Minna. Musdelifa und Minna, zwei Orte, die Übernachtung dort. Die Übernachtung dort zählt auch zu den Vajibert, zu den Pflichten. Das ist nach einer Aussage der Gelehrten. Nach einer anderen Aussage der Gelehrten zählt dies als Pflicht. Hier sind die Gelehrten, hier gibt es Meinungsverschiedenheiten. Einige haben einige gesagt, das ist Pflicht und einige haben gesagt, das ist nicht Pflicht. Die Übernachtungen in Musdelifa und Minna. Weiterhin das Werfen der Steinchen an der Jemrat am Opfertag. Weiterhin das Werfen der Steinchen an den drei Jemarat. Das sind diese Becken mittlerweile bestimmten Orte, wo man die Steinchen hineinwirft. Das Werfen der Steinchen an den drei Jemarat an den drei Tagen, die dem Opferfest folgen. Da muss man auch einhalten. Und die Abschiedsumkreisung. Nach einer Aussage in der schafiitischen Rechtsschule ist dies auch von den Wajibad, also Pflicht, und nach einer Aussage nicht. Also auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten. Frage 225 Wann beginnt die Zeit des Werfens des Steinchen an der Jemrat Al-Aqaba und des Werfens an den Drei Jemarat? Antwort Die Zeit des Werfens an der Jemrat Al-Aqaba beginnt ab der Mitte der Festnacht. Also auch hier die Zeit hat eine Zeit, ab wann das gültig ist. Ab der Mitte der Festnacht zählt es vorher nicht. Die Zeit des Werfens an den Drei Jemarat beginnt, wenn an den drei Tagen, die dem Opfer festfolgen, die Sonne sich vom Zenit neigt. Dann beginnt das Werfen an diesen Drei Jemarat. Frage 226 Wie lautet das Urteil über das Jagen in Mekka und Medina? Antwort Demjenigen, der sich im Zustand des Ihram befindet oder auch nicht, ist das Jagen und Abschneiden und Entwurzeln der Pflanzen im Haram von Mekka und im Haram von Medina verboten. Also das darf er nicht. Allgemein darf man das dort nicht. Auch wenn einer nicht im Ihram Zustand ist. Darf man nicht dort jagen und oder die Pflanzen entwurzeln oder Pflanzen zerstören abschneiden. Darauf muss man achten. Wird dies in Mekka begangen so etwas so kommt die Ausführung der Fidje hinzu. Zu der Sünde noch die Fidje die er entrichten muss. Das Jagen sowie Abschneiden und Entwurzeln der Pflanzen im Haram von Medina Medina ist die andere Region die auch einen bestimmten Bereich hat der als Haram zählt. Eine bestimmte Region die als Haram zählt. Das Jagen dort und Abschneiden und Entwurzeln der Pflanzen in diesem Gebiet von Medina was als Haram zählt dies ist auch eine Sünde aber zieht die Ausführung der Fidje nicht nach sich. Ein Hinweis an dieser Stelle das Besuchen des Grabes des Propheten Mohammed ist mit Übereinstimmung empfohlen. Alle islamischen Gelehrten sind sich da einig dass man das Grab des Propheten besuchen kann und dass es eine gute Tat ist empfohlen ist weil der Prophet er sagte in einem Hadith dieser Hadith bedeutet wer mein Grab besucht wird gewiss meine Fürbitte erhalten also darin liegt eine frohe Botschaft für den Muslim wenn er das aufrichtig ausführt und dieser Hadith wird von dem geladen überliefert und von dem gelehrten als stark eingestuft so darf man dieses Gesetz nicht verleugnen des weiteren erzählte Abu Hurairah der Gefährte des Propheten namens Abu Hurairah er berichtet erzählte dass der Gesandte Gottes sagte Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Dieser Hadith, er bedeutet, Isa, der Sohn von Maryam, wird auf die Erde herabkommen und Gerechtigkeit auf ihr verbreiten. Er wird nach der Durchführung der Pilgerfahrt oder Umrah zu meinem Grab kommen, mich dort grüßen und ich werde seinen Gruß erwidern. So hat der Prophet, a.s.w. dies in seinem Hadith erwähnt. Der Prophet Isa, Jesus, der noch nicht tot ist und im Himmel lebt zur Zeit, kommt auf die Welt herunter und dann wird er die Pilgerfahrt durchführen und nach der Pilgerfahrt oder Umrah wird er sich zum Grab des Propheten begeben und den Propheten dort grüßen und wie wir gelernt haben, die Propheten im Grab leben, sie verwesen nicht. Und der Prophet, a.s.w. wird seinen Gruß entgegennehmen und erwidern, wird seinen Gruß hören und erwidern. So geht es aus dem Hadith des Propheten hervor. Dieser letzte Hadith, den ich erwähnt habe, wird von dem Gelehrten Al-Hakim überliefert im Werk Al-Mustadrak. Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على رسول الله محمد.